Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. Vielen Dank fürs Einschalten. Offensichtlich möchtet ihr mehr über der Bibel erfahren. Lasst uns das Wort der Wahrheit richtig teilen. 2. Timotheus 2,15 Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nichts zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. In diesem Video werfen wir einen kurzen Blick auf die kommenden zukünftigen Gerichte und gehen dann eingehend auf das Matthäus 25 erwähnte Schaf- und Ziegengericht ein. Die Bibel erzählt uns von vier Gerichten, die noch kommen werden. Nummer 1, der Gericht der Gläubigen, uns, der Bema-Sitz. Nummer 2, der Völkergericht, die Schafe und die Ziegen. Nummer 3, Gericht Israels, für die Juden. Nummer 4, Gericht der Ungläubige, das große weiße Thron. Die Heilige Schrift offenbart vier verschiedene bevorstehende Gerichte. Das erste ist ein Urteil über die Werke des Gläubigen, das oft das Richterstuhl Christi oder Bema bezeichnet wird. 2. Korinther 5,10 So, 2. Korinther 5, nehmen wir Kontext, also ab 7. Denn wir wandeln in Glauben und nicht im Schauen. Offensichtlich spricht Paulus hier zu Gläubigen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihnen wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle, wir Gläubigen, müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er was durch den Leib, also den Leib Christus, gewirkt hat, es sei gut oder böse. Dies wird nach der Entrückung geschehen, wenn die Kirche aus dem Weg geräumt wird. Erst dann kann der Mensch der Sünde der Welt offenbart werden. Wenn dies geschieht, hat der Trübsal begonnen. Das zweite ist das Gericht über die Schafe und Ziegen oder das Gericht der Heidenvölker, Nationen. Matthäus 25, 31, 32, 36 Dies wird auf der Erde stattfinden. Wir werden uns das später im Detail ansehen. Dies geschieht nach der Zeit der Trübsal, aber vor dem tausendjährigen Reich. Ihr Zweck besteht darin, zu bestimmen, wer in das tausendjährige Reich eintreten wird. Es gibt eine biblische Rechtfertigung für ein drittes, separates Gericht für die Juden, das unterschiedlich ist und nicht für gerettete und nicht gerettete Juden gilt. Dieses Gericht gilt nur für Israel, an einem anderen Ort, unter anderen Umständen. Hezekiel 20, 34 durch 38 Es geschieht in der Wüste Das letzte ist das große weiße Throngerichtsurteil. Am Ende des Jahrtausends, wie in Offenbarung 20, 11 durch 15, beschrieben wird. Dies ist das Gericht der Ungläubigen, bei denen sie nach ihrer Werken gerichtet wird, durch die Bücher und zur ewigen Strafe im Feuersee verurteilt werden. Der Richterstuhl Christi Das einzige Gericht, das direkt im Himmel stattfindet. Dieses Gericht findet im Himmel statt nach der Entrückung. Auferstandene und entrückte Gläubige werden im Himmel für ihre Werke Dienst gerichtet. Bei diesem Gericht geht es nicht um Sünde, da Christus dafür bezahlt hat, sondern nur um Treue in christlichem Dienst. Selbstsüchtige oder falsche Motiven, begangene Werke werden verbrannt, das Holz, Heu und die Stoppeln, aus 1. Korinther 3, 12 Werke von dauerhaften Wert für den Herrn werden überleben, das Gold, selber und die Edelsteine. Lohnungen, die der Bibel Kronen nennt, Offenbarung 3, 11 Werden von dem gegeben, der nicht ungerecht ist, er wird unsere Arbeit und die Liebe, die wir ihnen erwiesen haben, nicht vergessen. Hebräer 6, 10 Das Gericht der Nation, Matthäus 25, 31 durch 46 Dieses Gericht findet auf der Erde statt, nach der Trübsal. Nach der Drangsal wird der Herr und König Jesus über die heidnische Nation richten. Sie werden danach gerichtet, wie sie Israel während der Trübsal behandelt haben. Dieses Gericht, die Jesus in seinem Gleichnis in der Ölberg-Diskurs verwendete, wird auch das Gericht der Schafe und Böcke genannt. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Dass in Hezekiel 20, 34 durch 38 ein weiteres Gericht über Israel an einem anderen Ort und unter anderem Umständen gibt, ergibt sich die Schlussfolgerung, dass das Gericht der Schafe und Ziegen für Nichtjuden gilt. Geel 20, nehmen wir nur das Vers 35 Und ich will euch in die Wüste der Völker führen und dort mit euch ins Gericht gehen, von Angesicht zu Angesicht. Der Kontext dieser Passage gibt die Zeitraum und hier die Gründe, warum Gott das macht. Es ist, wie gesagt, das Gericht der Juden nach der Trübsal oder während der Trübsal. Das Gericht der Engel, 1. Korinther 6, 2 und 3 Die Kontext dieser Passage geht jetzt um Rechtsstreit. Ähm, okay, Vers 3 Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Paulus sagt, dass Christen Engel richten werden. Keiner ist ganz sicher, was das bedeutet, aber die Engel, die vor dem Gericht stehen, müssten die gefallenen Engel sein. Es scheint, dass Satans Dämonen von uns gerichtet werden. Diese Dämonen sind laut Judas 1, 6 in der Dunkelheit gefangen und warten auf ihr Gericht, weil sie ihren eigentlichen Wohnort verlassen haben. Das große Gericht vor dem weißen Thron, Offenbarung 20, 11 durch 15 Diese Gericht findet irgendwo zwischen Himmel und Erde statt, aber dieses unklar. Dieses endgültige Gericht über die Ungläubigen für ihre Sünden findet am Ende des Millenniums statt, vor der Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde. Bei diesem Gericht werden Ungläubige alle Zeiten für ihre Sünden verurteilt und in den Feuersee geworfen. Sie werden anhand der Bücher beurteilt, Offenbarung 20, 12 Bei der Beschreibung dieses Gerichts verwendet Jesus das Bild einer gemischten Gruppe von Schafe und Ziegen, die alle Nationen oder besser übersetzt alle Heiden umfasst. Dies geht nicht für diejenigen, die in Christus sind, denn in Christus gibt es weder Juden noch Heiden, wie es in der Passage in Galater 3, 28 heißt. Galater 3, nehmen wir wieder Kontext, 26 Denn ihr alle seid durch den Glauben, Söhne Gottes, in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, natürlich durch den Geist, ihr habt Christus angezogen. Und hier ist es. Da ist weder Jude noch Grieche, anderer Wort für Heide. Da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle ein in Christus Jesus. Das Gericht über die Heidenvölker in Matthäus 25 beschrieben, ist für die Heiden, die im Zeitalter der Gnade die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. 2. Thessalonischer 2, 10 So, 2. Thessalonischer, machen wir bis 12 runter. Vers 10 Und alle Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die die Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Sie glauben nicht die Wahrheit und haben sich der Drangsal stellen müssen. Dieses Gericht wird in Matthäus 25 beschrieben. So, Matthäus 25, das Gericht über die Heidenvölker. Das sind natürlich, wie wir gesehen haben, die Heidenvölker, die nicht zu Jesus gekommen sind und sind nicht in Christus. So, Vers 31 Wenn aber der Sohn der Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Offensichtlich ist das hier das zweite Kommen. Jetzt vergleichen wir das mit der Passage in 1. Thessalonischer 4. Die Wiederkunft des Herrn steht hier auch. So, hier steht natürlich, ja, hier, das ist eine Rückgangspassage. Und hier steht, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das ist unser hier Evangelium, so will Gott auch die Entschlafenden durch Jesus mit ihm führen. Wer kommt mit ihm? Die Entschlafenden durch Jesus. Die Entschlafenden kommt mit ihm. Wer kommt, wenn der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommt? Und alle heiligen Engel kommen mit ihm. Gehen wir zurück. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die über Leben und bis zur Wiederkunft des Herrn üblich bleiben, werden die Entschlafenden nicht zuvor kommen. Wo steht denn das hier? Bei Matthäus 25, nirgends. Das ist ein Gericht. Diese Passage ist die Entlückung. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehle geht, und die Stimme des Erzengels und der was? Der Posaune Gottes. Na, der Posaune Gottes. Nicht die Engelsposaune in die Offenbarung. Hier ist ein ganz anderer Posaune. Wenn der Befehle geht, wenn die Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes erschallt, von Himmel her abkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Wo steht denn das in Matthäus 25? Nirgends. Danach werden wir, die wir leben und üblich bleiben, zusammen mit ihm, was? Entlügt werden. Wo? In Wolken. Zu was? Begegnung mit den Herren. Wo? In der Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Diese Passage hat absolut nichts mit der Zweite kommen, Jesus zu tun. Na? So gehen wir zurück zu Matthäus. Daran geht es ja heute. So, wenn aber der Sohn der Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hurt die Schafe von der Böcke entscheidet. Na, wo steht denn das in 1. Thessalonicher 4? Bei der Wiederkunft nirgends. Vers 33 Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich zu Trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu Trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidigt? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihm antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr in dieser meine geringsten Brüder getan haben, das habt ihr mir getan. Dann wird er euch auch denen zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das den Teufel und seine Engel bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nicht zu Trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet, krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig, eures Fremdlingen oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dich nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einen dieser geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Diese Passage geht es um die Behandlung die Juden während der Trübsal, wie die Leute, wie die Heiden die Juden behandelt. Gemäß dieser Passage werden sie alle, die Heiden, vor ihm gesammelt und die Schafe werden zu seiner Rechten und die Siegen zu seiner Linken gestellt. Dann wendet sich Jesus an diejenigen zu seiner Rechten und lädt sie ein, das Königreich zu erben. Matthäus 25,34 Jesus beschreibt viele Werke, die die Gerechten getan haben, um den Eintritt in das Königreich zu verdienen. Matthäus 25,35-40 Wir sehen also, dass es während der Trübsal eine werksbasierte Erlösung geben wird, genau wie Jakobus es beschrieben hat. In diese gegenwärtige Evangeliumzeit oder Dispensation werden wir aus Gnade durch Glauben gerettet und nicht aus Werken, wie es steht in Epheser 2,8-9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich ruht. Die Schafe, die als Gerechten beschrieben werden, antworten auf die Frage, wann sie dies getan haben. Und der König antwortet, Matthäus 25,40 Und der König wird ihm antworten und sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem, diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. So, wir sehen, dass König Jesus, um ihm zu dienen während der Trübsal, muss einer der Helferhut anziehen. Okay? Dann in Vers 41 wendet sich der König an diejenigen auf der linken Seite, die als Ziegen oder Böcken beschrieben werden und befiehlt ihn. Dann wird er auch denen zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das den Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und warum wird er das sagen? Weil sie nicht geholfen haben. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt, ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet, krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Wir sehen also, dass es während der Trübsal vor allem um brüderliche Liebe und den Umgang der Menschen miteinander geht. Eine auf Werken basierte Erlösung. Als Grund für die ewige Verdammnis wird angegeben. Sie hatten Gelegenheit, den Herrn zu dienen, aber sie taten nichts. Vers 44 Die verdammten fragen 44 Dann werden auch sie ihm antworten und sagen Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Aufgrund ihres Egoismus, ihrer Blindheit und ihres Mangels an Liebe für andere Jesus antwortet 45 Dann wird er ihnen antworten Wahrlich, ich sage euch, was ihr einen dieser Geringsten nicht getan habt, Werke, das habt ihr mir auch nicht getan und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Im Gleichnis von Schafen und Ziegen sehen wir den erlösten und geretteten Menschen, den verurteilten und verlorenen Menschen. Eine beiläufige Lektüre scheint darauf hinzudeuten, dass die Erlösung das Ergebnis gute Werke ist. Die Schafe handelten barmherzig und verteilten Essen, Trinken und Kleidung an Bedürftige. Die Ziegen zeigen keinerlei Barmherzigkeit, die scheint für die Schafe zu Erlösung und für die Ziegen zu Verdammnis zu führen. Die Heilige Schrift macht deutlich, dass die Erlösung durch den Glauben, durch die Gnade Gottes erfolgt und sein. Ethni oder Nation bedeutet vor allen Völkern und bezieht sich hier auf jeden Menschen, der auf der Erde lebt, wenn der Herr zurückkehrt. Obwohl bei den Rückungen alle Gläubigen in den Himmel aufgenommen sind, werden in folgenden sieben Jahren der Trübsal viele andere Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Während dieser schreckliche Zeit werden Scharren von Heiden so wie alle überlebenden Juden zum Glauben an Christus gebracht. Wir müssen uns wegen dieses Gerichts überhaupt keine Sorgen machen. Wir sind bereits gerettet und versiegelt und werden bei den Rückungen aufbrechen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, das Video bringt für einige Klarheit. Dieser Kanal wird nicht von YouTube bezahlt und ich werde ihn niemals monetarisieren. Meine Motive sind rein und Geistes. Ich liebe euch alle im Herrn. Bis zum nächsten Mal. Madanatha, O komm, Herr Jesus. Bis zum